So, wie sieht er aus? Ich hab die auch noch gewählt. Man sieht das Gesichtsaal. Einmal über den Wald guckst du an Wäsche. Das Bild ist versicherungstechnisch unbezahlbar. Das kennt schon von Hunderten von Millionen versichert, dass das unversehrt bleibt. Das sieht bloß kein Sau. Die sind nur 3,50 m für den Scheiß Strom. Wo sie rausziehen wollen. Der Jubi ist froh, wenn er wieder 6 zu K oder 100 hat. Und das ist der ganze Scheiß. Und jetzt wird er doch noch subwendiert. Und nicht nur das. Und vor Ort, was machen sie kaputt? All die, die am sanften Tourismus auch das Geld reinholen. Die Leute fahren nicht höher. Genau, so ist es. Wer geht denn da noch wandern? Wer will denn da noch herkommen für ein bisschen Urlaub zu machen? Die haben doch einen Macker im Herrn. Die tun vielleicht 4,50 Euro. Zehtausende von einem mit dem Tourismus versemmeln. Die sind mit dem Klammersack gepunktet. Jetzt wünscht gar nichts. Das sagt auch so, hier. Hier haben sie da den Beischlach. In Alupal haben sie dann in der B-Werke, die haben sie den Beischlach abgeschaut. Und dort und dort und da. Gucken wir mal hier, da sehen sie überall stehen. Aber das wollen sie ja nicht hier. Nein, klar. Das ist erlaubt. Ja. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.